In unserem Forschungsbereich Global Business Management werden Methoden und Konzepte für Analyse, Planung und Steuerung des globalen Vertriebs, aber auch für Export und Vermarktung wissensintensiver Services und Produkte entwickelt. Der Druck der Globalisierung ist da. Daher ergänzen und erweitern produzierende Unternehmen ihr Leistungsangebot um neue industrielle und wissensbasierte Services. Das Portfolio eines Unternehmens muss international und interkulturell kompetent auf den Märkten optimal platziert werden. Unser Industrial Service Excellence Monitor verhilft Unternehmen, eine Detailsicht zum Status ihrer Industrial Service Excellence zu erhalten. Wir beleuchten zwölf unterschiedliche Dimensionen, die von der Entwicklung bis zum internationalen Verkauf industrieller Services von Bedeutung sind. Besonders wichtig dabei ist der Wert eines Services für den Kunden und den Preis hierfür zu identifizieren. Bei der Dimension Netzwerk und Beziehungsfähigkeiten sehen wir uns beispielsweise die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Lieferanten und anderen Partnern an, um Nutzen für alle Beteiligten zu schaffen. Somit steht Unternehmen eine branchenunabhängige Benchmarking-Datenbank zur Verfügung und Ergebnisse daraus kann ein Unternehmen für strategische Weiterentwicklungen der Services verwenden. Untertitelung. BR 2018